Hey, Duda! Hallo! Kartoffel! Duda, hi! Ich bin hier... Wie kann ich... Wie komme ich von hier weg? Ich glaube, ich muss geerntet werden. Da hinten ist da irgendjemand. Wir sind verwurzelt. Da könnte ich da was so weg. Warte, da kommt aber jemand. Wir werden ein paar Kartoffeln ernten heute. Ist das der Bauer? Hey, hier drüben! Wir sind hier! Hallo! Habe ich was gehört? Von da hinten? Ernte uns doch endlich! Wir wollen geerntet werden! Oh, da ist... Da kommt er! Oh, da wollen wir mal hier weiter machen. Boah, das ist ja eine große Kartoffel hier. Au, au, au! Ich muss sie so mitnehmen. Ich bin geerntet, ich bin geerntet! Ich will auch geerntet werden! Warte mal, wir müssen ihn auch noch ernten. Schau mal da, ernte ihn! Selbstständig gibt es Kartoffeln, ich glaube es nicht. Oh mein Gott! Komm mit in die Scheune jetzt! In die Scheune? In den Sack da vorne rein! Hier muss ich jetzt rein? Oh nein, ich stecke jetzt hier irgendwie fest. Das ist ein bisschen... Ich auch! Perfekt! Euch bringe ich zur Fabrik, da kriege ich eine dicke Provision! Oh, warte mal, was wird denn mit uns gemacht in der Fabrik? Verarbeitet! Zu was werden wir verarbeitet? Wir werden zu Pommes verarbeitet? Ihr werdet leckere Pommes! Oh Mann! Was? Ich sehe nichts, es ist so dunkel hier drin! Hallo, Hilfe! Hallo, wo sind wir? Warte, da ist jemand! Ja, die Kartoffeln! So, wir nehmen mal raus! Nummer eins und Nummer zwei! Oh, okay! So! Was ist denn das denn für Kartoffeln? Was seid ihr denn? Wer hat mich auf das Band gelegt? Warte mal! Müsst du da rein? Es geht los! Was sind diese genetischen Superkartoffeln jetzt? Es ist aufgegangen! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah! Ah! Oh mein Gott, was passiert hier? Was geht hier? Vorsicht! Hä? Was ist... Was ist passiert? Wir sind... Hä? So. Wir sind Pommes geworden. Wir sind verpackt! Warte mal, was steht da auf deinem Oberteil? M? Wofür steht das? Melone? Warte mal, wo werden wir jetzt hingeschickt, so? Nach McDonalds. Oh, okay. Und auf zu McDonalds. Ah, was passiert? Mir ist das so heiß! Wieso werde ich denn erwärmst? Hallo? Oh Gott! Eigentlich schon komisch, dass wir Pommes in der Pfanne machen, aber... Ich werde fritziert. Los, komm! Warte, was? Los, auf den Besen! Ich bin noch nicht fertig! Ich will nicht gegessen werden! Doch, du gehst jetzt, los! Oh nein, 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 nein! Du musst mich doch irgendwo warm halten! Bin ich schon reif? Nee, das ist egal. Hallo! Oh, da ist eine Wärmelampe, okay. Hi! Ich hätte gerne... Hallo! Hier vorne, du musst dich bedienen! Ja, was ist denn? Zwei große Pommes mit fünfmal Ketchup, sechsmal Mayo und eine Cola Light, würde ich noch dazu nehmen. Eine Cola Light. Ja. Nur eine. Warte mal, zweimal Pommes? Ja, natürlich. Oh, Flo, geht's dir gut? Hallo! Los, raus! Du siehst heiß aus! Oh, das ist doch lang hier! Warte, wir sind die beiden Pommes, oder? Geld? Ja, zahle ich. Ich zahle gleich. Er zahlt mit Karte, glaube ich. Was? Aber... Oh, so Pommes. Okay, gut, das macht dann 600 Euro und, ähm... Ihr gebt bitte für heute. Aber Moment mal! Ja, ich geb dir einen Eisenbarren, bitteschön. Was? Nein, du nehmst ja das, einen Eisenbarren! Guck mal hier an meinen Tisch. Oh, oh, er nimmt uns mit an den Tisch. Guck mal. Aber hier liegen doch schon so viele Sachen. Wie wär's, wenn wir uns da drüben hinsetzen, wo viel mehr Platz ist? Ach, da kann Pommes denn reden. Dann gehen wir halt hier hin, Mann. Ich glaub, der macht ein Food-Review mit uns. Was macht der? Macht der erst mal Insta-Fotos jetzt? Hey, Leute, willkommen zu meinem Food-Review. Heute haben wir jetzt zwei große, saftige Pommes von McDonalds. Die werden wir mal probieren. Fangen wir mit dir an. Hä? Nein, der darf mich nicht essen! Der darf mich nicht essen, Flo! Der frisst mich! Und du auch! Hä? Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott! Flo! Oh mein Gott! Warte mal. Warum ist es hier so warm? Ich weiß nicht. Wir wurden... Ich glaub, wir wurden gegessen. Was ist denn das hier? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wo sind wir? Hilfe! Oh mein Gott. Was hat der bitte eigentlich gegessen? Eine Bananenschale. Was ist das? Oh Gott, es brennt. Es brennt. Es brennt durch die Magensäure. Das ist Magensäure. Oh mein Gott. Gut, es ist meine Verpackung noch anab. Hä? Da ist irgendwas. Wer ist das? Was ist das? Flo, was ist das? Sind das Bakterien? Warte, warte. Wir müssen die bekämpfen, sonst greifen die uns an. Hilf mir! Flo! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein. Ich kann doch nicht gegen beide. Leute. Das sind... Oh, warte. Wir haben eine. Wir haben eine Bakterie. Ah! Oh nein. Nein, nein. Komm schon. Mach die Bakterie. Mach die Bakterie. Ich mach sie tot. Die ist aber ganz schön zäh. Die ist in die Magensäure gefallen. Die ist in die Magensäure gefallen. Die stirbt gleich. Die kommt da nicht mehr. Rappos ist rausgekommen. Flo, schnell. Mach ihn. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir müssen einen Ausgang finden. Wir müssen hier raus. Es kommen gleich noch mehr Bakterien. Nicht in die Magensäure. Flo, ich glaube, es gibt nur einen Weg hier raus. Oh nein. Augen zu und durch. Freiheit. Sind wir frei? Ja, aber zu welchem Preis? Wir haben überlebt. Schnell, draußen ist eine Dusche. Hier, komm schnell rein. Das Wasser. Oh mein Gott. Wir haben es überlebt. Dank unserer ganzen Konservierungsstoffe. Yippie. Oh mein Gott. Wir haben es einfach noch am Leben. Wir sind nicht zerletzt worden. Let's go. Warte mal. Das heißt, wir sind frei, oder? Wir sind jetzt frei, Pommes. Wir sind freie Pommes, Freunde. Und deswegen leben wir jetzt ein Leben als Pommes. Was tun wir uns? Oh, das sind Pommes. Warte mal. Nein, nicht der. Der will uns doch mal essen. Nein, der will... Pommes. Lauf, still auf und dein Leben. Oh mein Gott, nein, nicht der schon wieder. Leute, das war's. An der Stelle wird einiges freigelassen. Like da, schaut bei den anderen vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Und hasta la pasta. Pommes. Pommes. Lazio. Pommes. Pommes.